Hi Leute, CapCoby hier. Herzlich Willkommen zu meinem 10 Abonnenten Special. Ich wollte mal Danke sagen für die ganzen Menschen, die mir bisher Feedback gegeben haben. Ich wollte meinen Abonnenten danken, dass sie jetzt zu meiner kleinen Community gehören. Auch Danke an die Menschen, die Like gedrückt haben oder auch Dislike. Aber cooler als Dislike drücken fände ich, wenn ihr die Kritik wirklich mal unten in die Kombis schreibt, damit ich mich verwässern kann. Channels wie Blackhand oder The Ass haben es ja schon mal vorgemacht mit den Streichholzskulpturen. Und dachte ich muss da jetzt mal nachziehen und was bauen. Viel Spaß bei dem Video. Bis zum nächsten Mal. 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 So Leute, das war's in meinem 10 Abonnenten Special. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir gerne mal irgendeine Reaction da. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bald wieder und bis dahin alles Gute, euer Cap Coby. Ciao. Bis zum nächsten Mal.